Wer ist der bunte Mann im Bilde, er führet böses Wohl im Schilde, er pfeift so wild und so bedacht, ich hätt mein Kind ihm nicht gebracht. In Hamen, Fochten, Meus und Ratzen bei hellen Tage mit dem Katzen, es wär viel Not, der Rat bedacht, wie andere Kunst zu Weg gebracht. Da fand sich ein, der Wundermann mit bunten Kleidern angetan. Für Fratz und Meus zusammen ohne Zahl, er säuft sie dann in der Weser-Aal. Der Rat will ihm dafür nichts geben, was ihnen war zugesagt soeben. Sie meinten, das ging gar zu leicht, das wär wohl gar ein Teufelsstreich. Wie hatte auch der Rat besprochen, sie träuten seinen bösen Pochen. Er konnte zuletzt vor der Gemeinden nur auf dem Dorf ist sicher sein. Die Stadt von solcher Not befreit, im großen Dankfest sich erfreut. Im Beetstuhl hockten alle Leute, es läuten alle Glocken heut. Die Kinder spielten in den Gassen, der Wundermann durchzog die Straßen. Er kam und pfiff zusammen geschwind, wohl auf die hundert schöne Kind. Der Hirt sie sah zu Wasser gehen und keiner hat sie je gesehen. Verloren sind sie an dem Tag, zu ihren Eltern weh und klag. Im Strom ist schweben, ihr Licht nieder, die Kindlein fischen drin die Glieder. Dann pfeift er sie wieder ein, für seine Kunst blitzhalt zu sein. ...